PIEP Schauen wir mal raus, etwas schneller ist der Bock jetzt Das war ein Cappuccino, das war wieder trinken, ne geht mal gar nicht so kalt schmeckt er noch besser wie schokolade so also wie kakao naja jetzt sieht er wieder sauber aus geil oder was power also ich fand das ehemalig schlecht passt gut zu dem auto so nachricht hier eine nach dem anderen was haben wir hier ja ja kopp kacke da das ist das alles stehen und liegen mannus humbre ja das war jetzt wieder schwer bedenkt sich so was aus mal ganz ehrlich schwer mit level 35 hallo jetzt mit 60 und level 70 verstanden das ist nur schwer mann oh mann oh mann aber das spiel macht ja das mit dem hp das sieht echt gut aus wie dieses video wie auf der zigarettenschachtel ihr denkt ich denke mal ich habe das jetzt auf dem bild nachgeguckt da merkt man gleich dass er ein bisschen mehr dann unter der bluse gekriegt hat so ein bisschen zumindest und wird das wahrscheinlich nachgeguckt haben oder verglichen haben ob das jetzt wirklich so aussieht aber 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 was ist da lang kommen ja 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 der sprung war war ich für ein arsch hätte auch nicht mehr fahren können Boah, ich drück Nitro, weißt du, und er zieht mit den Reifen richtig quer, Alter. Hau doch mal ab! Jetzt steht dieser Wichser schon wieder da, ey. Boah, ey. Ich hau den Wichser jetzt weg, dann ist mir... Scheißkarre da. So, ist ne Kack nochmal fahren, ey. Damit der Wichser gleich da nicht wieder im Weg steht. Ey, es ist ja schlimm. Da steht der immer noch da rum, ey. Mann, ey. Du kriegst ja mal zu viel, ey. So ein Quatsch, ey. Ich dachte, jetzt endlich ist er weg. Ich hab gerade an diesen Furzbacken-Spackunen da gar nicht mehr dran gedacht, ey. Weil es kommt so um die Ecke, da steht der LKW im Weg. Dann werden die Pfeile nicht mehr angezeigt, dann musst du auf Karte, dann weiß ich gar nicht, wie du reagieren sollst, ey. Das können wir den ganzen Kack nochmal machen, Alter. Ey, so ein Pisskopf da, ey. Was ist das so was, ey? Ja, fahrt wieder mitten auf der Straße, diese scheiß Kaffeetüten. Mann, ich könnte kotzen, Alter. Ich geh gleich krachen hier. Das kann nicht wahr sein, ey. Das ist so was Unvorteilhaftes. Auf Wahn. Wenn ich ein Rennen fahre, dann hat doch nicht irgendeine andere Scheiße auf der Strecke zu suchen. Mal ganz ehrlich, ey. Weil, da ruhig gibt's die Unfälle. Also, mach das nicht im Real Life nach. Das ist echt tödlich. Ich bin doch echt dumm, Alter. Ich sollte keine Rennen mehr fahren. Ich sollte gar nichts mehr machen. Ich sollte nur irgendwie... Okay, es gibt nur eine Möglichkeit, die Location zu kämpfen. Gas geben. Da strengt deine Behinderte dumme Rüebahn-Virus, ey. Dummer Mistzack, ey. Es gibt's nicht. Ich lenke schon nach rechts und die Karre bleibt trotzdem auf links rüber. Ach, du blöd Scheißding. Drum rum. Ach, so mal die Scheißkurve. Warum zeigen die... Du dumme. Warum zeigen die diese Scheißpfeile erst? Ich müsste da rein. Also, es ist echt scheiße gemacht. Oh, 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 oh. Warum? Naja. Ach, Mann, ey. Was ist denn das für eine behinderte Kante, Mann? Oh, Mann. Oh, bumms hier und bumms da, ey. Oh, bumms hier und bumms da, ey. Alter, meine Fresse, ey. Oh, ja, dann halt nicht. Jo. Komm, geradeaus. Boah, Mann. Ja, frisst dich wieder dran fest. Das kannst du so gut. Komm, Mann. Wieder kein Hydro, Alter. Ja, ich muss da rein. Siehst du denn nicht, dass es bei dir brennt, oder was, ey? Alter, wenn ich überlege, was ich vorhin für eine Zeit hatte. Boah. Oh, Mann, ruf an, Mensch. Alles klar, Kumpel. Die hast du im Sack. Aber wir müssen weitermachen. Der Heim ist vorbei, wenn wir nur rumsitzen. Also, bleib dran, Junge. Du Stück Scheiße, du verdammtes Stück Scheiße. Fahr weiter, du Pieser, bevor ich mich vergesse. Old Arsch und Fuck. Was zum Geier. Ey, könnt ihr nicht auf eurer... Guck mal, wie die fahren, Alter. Die fahren nicht auf ihrer Spur. Die fahren mitten auf dem Zebraschreifen, oder was. Auf dem Seitenstreifen. Also, äh, beim, ähm, ne? Niedwasbiet hat echt Scheiße gemacht. Und, äh, das haben sie nicht hingekriegt. Selbst die Unterbombeleuchtung bei Nitro Speed fehlt hier immer noch. Das, äh, Nitro Speed kommt mir vor wie Underground 3. Und, äh, ja, das ist nicht mal annähernd die Hälfte, was sie da bei Underground 1 und 2 hatten. Also, ja. So. Versuchen wir uns da jetzt auch noch mal. Weil das ist, das haben wir ja auch noch, auch, nicht, auch, ja, genau. Ja, auch noch nicht hatten. So, jetzt. Ah, eine Insel. Jawohl, so. Ich bin jetzt, äh, die Strecke schon ein, äh, paar Mal gefahren. Ohne euch jetzt mal daran teilhaben zu lassen. Äh, weil mich diese Strecke gerade, dieses, äh, dieses Schwachse, den sie hier ver- zappt haben. Komm rum, Mann, du Scheiß-Controller, du fliegst gleich! Mann, ey! Ich hab... Verdammt noch mal! Äh... Okay, macht euch bereit, es kaufen zu lassen. Mal gespannt, wie das jetzt läuft. Hab jetzt mal den Controller gewechselt, der andere hat's nicht mehr überlebt. Weil... Nitro Speed, äh, also beziehungsweise, es gibt Leute, die Controller verkaufen, die sind der letzte Schrott. Will ich Controller für 15 Euro bei Ebay? Lass die Finger da weg. So, wenn nicht das Xbox-Zeichen da drauf ist, oder der von Xbox selber ist, dann ist das einfach Müll. Also, lasst die Finger davon, lasst um Himmels Willen die Finger davon. Ich hab jetzt den Xbox-Controller, äh, wireless links wieder rausgeholt. Da ist definitiv ein Unterschied, dass ihr Qualität in der Hand habt. Man merkt es sofort. Ich hab jetzt gerade aufs Brust diesen verkackten Controller, ey, megamäßig durch die... Äh, ist tot! So, ja, könnt ihr auch mal ein Bild einblenden? Äh, ein Bild einblenden? Ja, das hast du von... Ey, die fahren hier einen Scheiß zusammen auf der Strecke. Wie sie... Ich weiß nicht, die Programmierer hier, die haben... Die wissen immer... Oh! Wie soll ich denn auf die 70.000 kommen, Alter? Willst du mich verarschen? Na, was ist denn jetzt? Ja, die... Controller? Batterien leer? Mann! Ja, ich bleib ja schon dran. Also, halt dein Maul! Ja, was soll das ein Witz sein? Ich krieg eh keine Punkte. Warum? Ach, Mann, ey! Hört der Controller... Ja, bleib an der Mauer, komm, ich brauch gar nicht lenken! Ach, Scheißrennen, ey, fick die Henne, Alter, das kann doch nicht wahr sein, du verdammte Scheißlinge, ey! Äh... Ich könnte kotzen, ey, könnte ich... Ich könnte einen nach dem anderen Scheiß kaputt dauern, wenn man so ein... Ich könnte auch nicht... Ich könnte... Macht euch bereit, es aufhentzulassen! Ich könnte... Ich könnte... Ich könnte... Das war's. Das war's. Ja. So. So, das ist aber 80.000, jetzt habe ich endlich die scheiß Punkte zusammen nach Xen Ligen versuchen, dieses Rennen eigentlich geschützt zu kriegen. Alter Also hier haben sie sich mal was einfallen lassen Ey, das ist schlimm Dann sollst du dran, weil wenn du zu weit hinten bist, dann kommst du nicht dran Wenn du etwas weiter vorne mitfährst, sagst du, sollst du in der Gruppe bleiben Also Die Programmierer, die das hier gemacht haben, müssen echt nicht mal eine Taste im Schrank haben Ganz ehrlich Alter, nee, schlimm Schlimm mit Schmackofatz So, mein USB-Controller, der für 15 Euro, nicht von Xbox, hat das zeitliche gesegnet Hier mal ein Bild Ich hab das Ding so durch die Gegend, ja, ja, ey Ich hab grad einen Hals gekriegt, weil Das Kann man nicht mit einem originalen Xbox Ich hab ja mein Wireless-Controller, ich bin froh, dass ich den habe Kannst du damit nicht vergleichen Ey Ich bin froh, dass ich den nicht abgebaut habe, sondern immer noch hier angeschlossen und liegen habe Ey Geht never ever Es geht nicht um den originalen Xbox-Controller anstatt so eine 15 Euro Billig-Scheiße Ähm Ne Also Leute, wenn ihr da mal euch einen Gefallen tun wollt, dann bleibt beim originalen Xbox-Controller Und nicht so eine Billig-Scheiße für 15 Euro Das geht gar nicht Also nicht bei mir Das könnte vielleicht von euch irgendjemand anders sehen Aber Ich sehe das so Man merkt gleich, dass Vom Drücken und vom Handling her Da definitiv was anders ist Äh Boah Ey So, immer war das jetzt hier mal Da war noch irgendwas mit Polizei Wir müssen ja da auch noch, äh Wir fahren mal irgendwann 2-3 Meter durch die Stadt hier Dann fahr ich durch den Tunnel Oh ja Ich bin doch nicht gewesen Ich will auch hier mal ein bisschen irgendwie, äh Kopfkacke machen Ah Das hätte ich fast gut eingeparkt Ich frage mich, warum gibt es hier keine Kops Jetzt kommen wir aus der Stadt raus Ah, ich muss auch ganz 20 Minuten später Nee, du Wechser Jetzt ist der Controller wieder aus Sag mal, endlich mal so ein Scheißkopf Ja, was ist jetzt Will der mich verarschen Was ist Oh, ey Wie bei Also, nee Macht gar keinen Spaß mehr, die Scheiße Ja, was ist, komm schon, du Pisser Muss mir ja nur hinterherfahren Du dumme Kackwurst, ey Komm schon, du Opfer Dann muss man Kopfgeld machen Also Dürfen wir nicht rammen Ja, was ist jetzt Haben wir jetzt diese 2000 zusammen Oder nicht Oh, mein Kreis Ja, was Auch mal, du Scheiß-Controller Ein Ruckel, ey Oder an, gehen die Batterien aus Ich weiß nicht, was dann Ey, merkwürdig Ach, wir sind so fest Wie der Letzte Ja Okay, da fahre ich rückwärts Komm Wiegen wir einfach mal wieder ab Wir wollen den Quatsch ja da oben loswerden Der uns am Arsch hängt Dürft ihr dann eigentlich hiermit geschafft sein Jawohl So, jetzt haben wir den Quatsch auch Ach Gucken wir uns mal diesen Kack an Den wir hier vorhin hatten Da Richard Watson Ja Wieso ist der im Spiel drin Äh Naja So, dann haben wir jetzt diese Ja, genau Das haben wir jetzt weg Melissa, okay Legen wir los Leute, die Party Alles klar Ja Ne, das reicht mir Ich will jetzt erstmal im Unterschlupf Wieder rein Garage springen Jawohl Ejejei Hat's jetzt so ein bisschen hingedauert Bis wir dann endlich mal die blöden Cheys chips haben Um hier und da Und genau so geht das Ja Ich würde sagen Bis zum nächsten Mal Danke fürs Zusehen Ich würde mich freuen Wenn ihr wieder dabei seid Virus аци fs right round nummer xy danke für so sehr bis zunächst mal ciao mit v